Ich mach jetzt Ruhe. Da ist ein Greifvogel dahinten. Mama, kannst ruhig auf mich aufpassen. Ich hab Angst, dass er mich antut. Kommst du bitte? Womit haben wir es jetzt zu tun für einen Greifvogel? Womit haben wir es jetzt zu tun für einen Greifvogel? Oh, da kommt die rüber. Da kommt die rüber. Was ist das denn? Wieder dieser Greifvogel. Achtung, da kommt die rüber. Achtung, da kommt die rüber, Mama. Achtung, da kommt jetzt hier rüber. Da. Guck mal, mein Handy, der weiß das. Der kommt jetzt hier rüber. Guck da. Das ist ein Rotmelan. Der macht doch nichts. Der kommt hier rüber. Ruf bei Jessica. Ganz schnell. Der geht nicht, der sitzt offen. Ja gut, okay, sag's lieber nicht. Was willst du von mir da oben? Der will gar nichts von dir. Oh, Leila. Wow. Entschuldigung. Nicht schlimm. Der will nicht von dir. Es kommt ein scheiß Windstoß. Das ist nicht gut. Ja, ich bin gucken. Flugschneid nicht mehr. Nicht viel Flugschneid. Ja, es kommt aber noch kein Umwetter. Es sind nur Sturm, also vereinzelte Windböen sind das du. Nichts weiteres als vereinzelte Windböen sind das du. Du weißt ganz genau, wenn ich alleine stehe und da kommen drei Flügel, dass ich Angst habe, Mama. Deswegen bin ich ja bei dir. Ich bin bei dir, Mama. Ich bin bei dir. Es war ein Düsenjet, aber der flog woanders. Der flog woanders, okay? Ich bin bei dir. Es gibt andere Wetter. Es ist schönes Wetter draußen. Es kommt als heute Nacht das Wetter. Die Nacht auf Mittwoch. Die Nacht auf Mittwoch, da kommt das Unwetter. Das Wetter kann man noch ausnutzen heute den ganzen Tag. Wenn ich mir überlege, hole ich gleich eine große Decke, gehe mit der Decke auf die Wiese und nehme meine Blume mit. Mein Dinosaurier von Jurassic World. Dann gehe ich nicht in der Natur. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Wegen Hunde, ne? Es ist egal, aber auf dem Balkon ist auch nicht schlimm. Es ist auch schön auf dem Balkon. Besser wieder unten auf der vergammelten Wiese. Die Wiesen sind nicht mehr schön. Total, gar nicht mehr. Weil da Autos rüberfahren und alles. Alles im Arsch gemacht. Die Handwerker konnten nichts dafür. Wer? Wer guckt auf den Handwerker? Ja, da konnten doch die Handwerker nichts dafür. Ja, das geht ja nicht anders. Sollen sie doch die Wiese weg machen und Fahrplätze dahin machen? Ja, da sollen sie doch die Wiese weg machen. Sprich das so mit der Chefin.